Das Minigeschoss ist ein Bleigeschoß-Typ, der vom französischen Offizier Claude Etienne Mini 1846 für Vorderlader entwickelt und 1849 bei der französischen Armee eingeführt wurde. Technisches Prinzip Dieses Geschoss zeichnet sich durch seinen Hohlboden und seine Unterkalibrierung aus. Die Unterkalibrierung erleichtert das Laden des Geschosses auch bei starker Verschmauchung. Der Hohlboden weitet sich beim Schuss durch den dabei entstehenden Gasdruckaufzugmaß des Laufes, stabilisiert dadurch das Geschoss im Drall und dichtet nach hinten ab, so dass der Überdruck nicht entweichen kann. Die Rillen im Geschoss wurden mit Fett gefüllt. Der Hohlboden wurde mit einem kleinen Eisenhütchen verschlossen, das beim Abfeuern in den Geschossboden getrieben wurde und das Geschoss so kontrolliert erweiterte. In verschiedenen Staaten wurde diese Geschossform mit Modifikationen eingeführt. Oft wurden Gewehre mit glatten Läufen durch das Einschneiden von Zügen auf die neue Munition umgerüstet. 1855 veränderte der Arbeiter der Huppers Ferry Omery, James H. Burton, das Geschoss dahingehend, dass es billiger und ohne das Kühlo verwendet werden konnte. Das gleiche Prinzip kam auch bei Geschützen zur Anwendung. Die Geschossform wird heute noch beim Vorderladerschießen verwendet, aber auch in Patronenmunition wie der LfB, welche die weltweit meistgeschossene Patrone ist. Wirkung auf die Kriegsführung Vor Einführung des Minigeschosses waren Heere ganz oder weitgehend mit Vorderladergewehren ohne gezogene Läufe ausgerüstet. Die Rundkugeln hatten ein kleineres Kaliber als der Lauf und konnten so in diesen zügig mit dem Ladestock hineingerammt werden. Beim Schuss strömte ein Teil der Explosionsgase an der Kugel vorbei und so verließ sie den Lauf unstabilisiert in Richtung Ziel. Um mit solchen Gewehren eine Wirkung auf einen Feind zu erzielen, musste ihr Feuer massiert und in hoher Schussfolge auf ihn gerichtet sein. Die Lineartaktik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts resultierte unmittelbar aus der Wirkungsweise dieser ungenauen Vorderlader. Um maximale Wirkung zu erzielen, mussten die Schützen in enger Aufstellung mit hoher Geschwindigkeit feuern. Es gab auch bereits vor dem Minigeschoss Vorderlader mit gezogenen Läufen. Deren Rundkugeln hatten das gleiche Kaliber wie der Lauf, sodass sie durch dessen spiralförmige Züge beim Abfeuern in eine stabilisierende Eigenrotation versetzt wurden und so deutlich genauer schossen. Da auch kaum Explosionsgase neben der Kugel entwichen, waren Mündungsgeschwindigkeit, Reichweite und Durchschlagskraft deutlich höher als bei Gewehren ohne Züge. Dem Gegenüber stand aber ein langwieriger Ladevorgang. Die Kugel musste mit Ladestock und Hammer in den engen Lauf hineingetrieben werden. Um dies zu erleichtern, wurde die Kugel oft zuvor in ein gefettetes Pflaster gewickelt. Diese Nachteile machten gezogene Läufe für den Großteil der Truppe ungeeignet, sodass nur Jäger, Karabiniers und andere Sonderformationen damit ausgestattet waren. Das Minigeschoss änderte das Bild des Krieges dramatisch. Plötzlich waren Kampftruppen fast vollständig mit weitreichenden und präzisen Langwaffen ausgestattet. Die effektive Kampfreichweite stieg um den Faktor 2 bis 3. Trotzdem wurde anfangs noch eine Mischung aus Linear- und Kolonnentaktik angewandt. Aufmarsch in geschlossener Formation und Aufnahme des Feuergefechts aus geringer Entfernung hatten verheerende Auswirkungen auf die Verlustzahlen. In Europa zeigte sich dies im Krimkrieg und in der Schlacht von Solferino, die den Anstoß zur Gründung des Roten Kreuzes geben sollte, im Internationalen Museum des Roten Kreuzes in Castiglione delle Stiviere. Nahe Solferino sind UAR einige Minigeschosse zu sehen. Die Rückständigkeit der Militärtaktik gegenüber der fortgeschrittenen Waffentechnik machte den Sezessionskrieg zum verlustreichsten Krieg der US-Militärgeschichte. Als Reaktion auf die Minigeschosse und andere Neuerungen der Waffentechnik kam man einerseits zum Stellungskrieg, andererseits zu den heute gebräuchlichen aufgelösten Formen des infanteristischen Kampfes. Zudem ging die Bedeutung von Cartaghen mit ihrer geringen Reichweite deutlich zurück. Auch der massive Einsatz von Tarnmitteln durch die moderne Infanterie ist eine direkte Folge des Einsatzes genau schießender Projektile.